hallo ich bin es der matthias heute mache ich mal wieder ein update video von meinen australischen korallenfinger laubfrischern und ihr schaut mal in sein gesicht also belächelt so nicht süß und hunger haben sie immer füttere sie mal eins von der hand damit jeder was auch abbekommt denn ich habe drei stück zwei mädels ein junge der junge ist etwas schüchtern die mädels sind immer vorne in der ersten reihe die haltungstemperaturen liegen bei 25 bis 28 grad nachts kann man die temperatur absinken auf 22 grad luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 90 prozent man muss ziemlich robuste pflanzen einbringen mit großen blättern hefeutüte oder monsterblatt wäre da sehr gut geeignet dafür denn sie setzen sich gerne auf die blätter drauf und so weiter den tag aber sobald er ins terrarium herankommt werden sie auch gleich munter es wird ja jetzt das lauen tag aufgenommen und denken es gibt was zu fressen ok das video jetzt weiter laufen wie immer bedanke mich fürs zuschauen es euch gefallen hat das bitte ein like da ansonsten see you later bis zum nächsten mal ciao das winter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020